Hübscher! Na Pauli, ich schau endlich mal auf dem Kletterbaum, gell? Oder auf dem Seil! Jaaa! Riko! Da musst du gucken, gell? Ganz was Neues für dich! Ui! Hallo! Alles gut, hm? Keiner macht hier was! Ein ganz toller Baum, hm? Da ist ne Schaukel dran, schau mal! Unter dir! Und Futter und Wasser gibt es da auch! Jaaa! Hübscher! Und Timmy, hm? Oder Riko besser gesagt, gell? Hallo! Und jetzt, hm? Die kommen schon wieder runter! Jaaa! 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 Aber Hübscher! Etemu ist das Petrus? Tschüss.